Lieben! 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 Schenke mir Lieben! Eben! Äh... Jetzt verliegen! Ja, Haupti, glaub ich, ist da scheiße. Was? Haupti, glaub ich, ist ja scheiße. Echt? Oh nein, oder? Ich kann mich nicht entscheiden, ich... Nimm's beibele! Ich bin bereit, ich bin bereit! Du bist... Du bist nicht bereit! Du bist bereit! Du bist bereit! Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Also, ich hab mal nicht so... Korner, Korner macht, äh, mehr ich machen. Ja? Weil Joe am Anfang am meisten... ...wird er... ...weck du denn? Joe to Corridor. Dann will ich nicht schauen, dass wir so schnell wie möglich baggern haben, oder sonst irgendwas machen können. Aber hier, wo die... Alles ist nicht möglich. Ja, das ist nicht möglich. Wie sollt' wir eigentlich Männern nicht machen? Zu Korridors, zu Korridors, zu Malmhaut... Nein, da war Korridors. Ich geh mal nachher. Ja, geh da bagger. Alles ist Männern. Ja, das ist klar, das ist von Sache. Ich mein hole nicht. Jemand töte die Aliga. Dann sind sie wieder geschafft. Warte mal, kann ich da auch wenig springen? Scheiße. Ich bin runtergekau. Scheiße, ich bin runtergekau. Ah, das ist auch gut. Ich mach auch explodierender an. Ich häng mal die einfach an der Leiter. Ich häng mal die einfach an der Leiter. Ich häng mal die einfach an der Leiter. Bis zum nächsten Mal. Was machst du denn? Ist zu dir ein mittelgroßes Problem? Was denn? Der ist doch gar nicht. Mach mal rechts. Ach so, du fischst nicht auf die falsche Seite? Das ist das Problem, ja. Das ist dein Problem. Wenn es dann explodiert, dann kann ich ja quasi auch nach oben, oder? Der explodiert gar nicht. Das ist schade, der spielt den, den wir haben. Warum? Ja, weil der andere das alles in Glück gehabt hat, oder? Was ist das, oder was? Ja, das ist, wenn es da noch einander beiern mit ihren, dann zerlegt es halt alles. Ja, dann sind wir noch gleich fertig, dann gehe ich jetzt auch nicht. Ah, da jetzt kommt gleich einer. Was haben wir nicht? Ich glaube, er hat ja auch gebraucht, aber ich habe nicht. Aber gerade noch. Jemand tötet Eureka. Ist das gut? Ne. Das war... Das war halt irgendjemand. Irgendjemand, ja. Ich muss mal laufen, Mann. Ich mach da Bock, daran, wie es was weg explodiert. Was schütte ich? Ah, das ist wohl nicht passiert. Nein! Ah, das ist doch nicht. Ich bin ja. Nein. Ah, das ist doch nicht. also ich denke es bei mir wird ein bisschen da an da komme ich so eigentlich ab so komme ich nicht auf die das ist kacke ja mein Fahrer haben es zweite ich weiß noch nicht da bin jetzt gerade eine granate landet für die Gegner ach das ist schon das letzte Ziel was ich gerade mache was machen denn die kämpfen ja alle bei gegen dich oder wie ja der war schnellstiger muss man aber die haben es halt so gar besorgt irgendwie schon ja jetzt will ich nicht so lange da haben wir noch durchspült und jetzt haben wir die gleiche Grenze fährt nach oben dann hätte ich das wahrscheinlich da vorne gedacht was hast du gut gemacht was hast du mal irgendwo gemacht oder was mega starker, beide Tüte gemacht die wollten ja auch nicht kommen ach doch naja ich hab auch noch mal lieber lieber